so da ist direkt was in der nähe wird natürlich übernommen finde ich geil dass man in die gebäude rein kann juhu feindlicher hund ach das war schon kranke hunde erledigt gut das ging ja fix befrauungsmission das ist wieder hier ja befrauungsmission das ist hier wieder die leute verprügeln deswegen wechsel ich schon mal nicht dass ich sie gleich wieder abstechen und das ist die falsche taste okay dann halt so ein bisschen unkonventionell vielleicht aber egal egal da ist mal wieder ein trupp juhu alter sind das alles solche ja ja wie nett danke moment ich muss mal eben ganz kurz zack genau was haben wir denn hier für eine sprengfallen nehmen wir mal eine sprengfalle was ja ja ist ja gut das war doch witzig ja am arsch so entweder übernehmen die das gleich oder er kriegt einen bogen hier in die fresse ja tut weh sowas was warum haben die eine 42 neuer rang erreicht cool ticket rückte halten und was jetzt das ist erledigt schlacht ist erledigt tumult stufe 3 feldwebel hau rein massachusetts pulver alarm naja kann er nicht übernehmen schwierig da new hampshire patriotische flucht das machst du jetzt einfach mal hau rein so bevor es jetzt weiter geht mach ich kurzes poisieren wir sehen uns gleich wieder bis dann ach na gut brav ei 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 so bis gleich so kurze pinkelpause gemacht ist jetzt vorbei es geht weiter ich folge die befragungsposition da hinten machen genau und ich brauche dringend hier nochmal da hinten sehr gut ähm hier ah wie heißt das noch gleich steckbrief natürlich brauche ich gleich nochmal oder ich verprügel die zwar an sich nicht aber naja wenn ich schon dabei bin naja mache ich oh milch cool geil hat sich ja voll gelohnt danke mister na bitte ich habe schlangenwurz bekommen das war's wert ach ich gehe euch auf die nerven naja das sehen wir noch jawoll bam 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 so sieht's aus so sieht's aus so sieht's aus ja habt ihr davon ich will entweder hier nicht pfeifen ach ja so klunker gibt's da drüben sehe ich gerade meine klunker ja ja das tue ich tot ah Pissnake komm her ich reiß dir deinen Arsch auf naah scheiße sowas nicht wenn man einfach nur so billiger Pisser ist hier komme ich hier komme ich oh geil Double Kill gleich mal durchgerast durch beide ok ok warum auch immer ich die jetzt wieder nicht plündern kann ich weiß noch nicht ganz woran das liegt 300 Meter ach du Scheiße ist das weit ich mach mal so einen Luftangriff mit dem Bogen freche die mal von oben an warum sind jetzt gerade meine Assassinen hier ach weil ich die auf Mission geschickt habe ich wollte gerade sagen warum sind die jetzt nicht verfügbar zack oh yeah das hatte doch mal Stil juhu what the fuck machen die da ok 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 ah sei du mal nicht so ne Pussy und stirb einfach ne gar nix macht ihr hier wuh schön die Eier einmal zum Matsch verarbeitet das sah zumindest so aus so das hätten wir dann können wir hier weg zwei oh ja was soll ich da anderes machen ne juhu ja ich dir auch scheiße ich bin schon wieder Bekanntheitsgrad 3 oder ich hab schon wieder Bekanntheitsgrad 3 ich muss mal so einen Schreier hier finden oh oder ich nehme hier einfach fürs erste oh es regnet gerade den steckbrief ab ne ne da hinten noch ein steckbrief und dann bin ich schon wieder inkognito so das hätten wir zum ach ja klunker genau so was sieht oh da oben ist noch ein vor was ja ich würde mal sagen ne das ist neuer nördlich da wird jetzt mal das vor übernommen ja also komm die sind nur zu zweit jetzt ist er ganz alleine mal schauen ob er es merkt nein er ist auch vorher tot so das Fuhrer wird jetzt mal erobert kurzerhand fort fort division oh nur noch ein vor gibt es was ich noch nicht entdeckt habe da bin ich mal gespannt what the fuck wieso haben die das da auf einmal geschlossen ich habe hier das noch gerade nicht so ganz egal ich suche mal einen anderen eingang ne da verlasse ich ja ja wenn ich da nicht reinkomme kann ich schlecht die pulverreserven zerstören ne kann ich vielleicht hier hoch nein wenn ich von hier aus ne ha war klar dass das nicht geht ach komm schon da muss es doch irgendwo wohl einen weg hoch geben hier da haben wir doch was was wieso kann ich geht doch na also ne ne deiner gehört mir oooohh ja scheiße wenn ähm das fand ich nicht sehr nett von dir da ach so ja mhm muss mal eben mich kurz um die Ficker hier oben kümmern um die Fixer zack daneben schade oh auch nicht schlecht zack haha nice war nicht mal geplant oder so hat aber perfekt geklappt genauso wie alter wie weit ist der denn geflogen kranker scheiß mach'n abflug junge so das hätte war klar ja ich hab's irgendwie schon gewusst ich hab's irgendwie schon gewusst so kann man's natürlich auch sagen sooo und tschüss in der 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 überhaupt hundern geht www fd fd Alter Schwede, ey. Ja, so kann man es machen. Aber... Joa, komm. Um die da oben kümmert sich der andere Vogel mal. Achso. Ja. Okay. Wir oben wollen also unbedingt Stress mit mir. Hä? Was für ein Ziel denn jetzt schon wieder? Ich kapiere das nicht. Warnung, Entfernung zum Ziel verringern. Was für ein Ziel. Oh, anonym werden, um zu interagieren. Na, fertig. Bin ich bald mal anonym. Ach komm schon, wie lange denn noch? Und was macht der Spacken da? Ach egal, ich metzel einfach alles jetzt hier ab. Säubere ich kurz hier das vor, dann verfolgt mich keiner mehr. Unfass. Okay. Verdammt, ey. Kameraeinstellung ist gerade ein bisschen scheiße hier. Der muss erst mal hier ein bisschen abkriegen. Ich bin nur noch hier, Freundchen.